moin und herzlich willkommen pen and paper die woche auf youtube mit der neuesten ausgabe und wie immer mein motto nicht lang schnacken es geht los mit beyond the wall aber beyond sowohl diesmal nicht auf bekannten kanälen sondern bei der kamikaze dungeon show ein one shot mit das floh geleitet von das floh mit der kamikaze dungeon show beziehungsweise sieht es hier andersrum aus aber es ist hochgeladen bei der kamikaze dann show beyond sowohl habe ich schon viel zu gesagt dann kleines kassoulou paket wie immer fangen wir an mit gruseln mit kassoulou ein one shot bei klagor apg ohne weitere inhaltsangabe oder ob ein eigenes oder anderes rollenspiel ist oder bekanntes abenteuer insofern auch bei klagor gibt es kassoulou dann haben wir kassoulou bei herren walter kinder des käfers teil 4 online mittlerweile habe ich glaube schon dreimal gesagt ein super abenteuer hier dann geleitet bei herren walter von rieke und weiter geht's staffel 3 episode 4 zum vatikan bruder erschafft im geiste table tales spielt weiter ihre kassoulou war man kann es fast schon monster kampagne nennen vielleicht schreiben sie mal in die kommentare wie viel folgen das insgesamt schon sind allerdings 47 minuten also ja da kommt man vielleicht sogar noch hin und hinterher ebenfalls kassoulou allerdings pack kassoulou und die untoten wie jede woche die zwanzigsten folge gefühlt vielleicht waren es auch mal zwei folgen spielt huak wieder generation z die welt der toten und zwar geht es diesmal auf einen militär stützpunkt dann mal tatsächlich in der gleichen woche koriolis und koriolis diesmal mit der gnade der ikonen und dem extra abenteuer jarumas schatten bei zeitiger in der podcast variante ja da ist quasi seine bonus episoden und bei uns ist endlich hochgeladen der sechste teil dieser mega kampagne oder dieser kampag großen kassoulou koriolis kampagne kommt man auch ganz gut rein 233 super kampagne kann ich einfach nur sagen und jedem dazu raten spielt mehr koriolis cyberpunk gleich wieder wir ja das abenteuer lehre 241 1 unter dramatischen abenteuer ich kann euch sagen danach wurde im charakter geträumt konnte man nicht einschlafen sehr sehr intensive runde wir spielen aber punk ja nicht so mit den klassischen runs sondern sehr charakterbezogen und ja wirklich wer so drama mag der sollte hier unbedingt mal reinschauen wer endzeit mag sollte reinschauen bei dien die vor die denn niemand sonst spielt die genesis so wie sie ein schönes endzeit rollenspiel hier bei dien die vor die auch schon in der zwanzigsten folge mittlerweile dsa bei dsa haben wir die g7 grenzenlose macht krypten sterne sensation bei shits and cats genau die mega dsa kampagne kann ich nicht sagen welcher teil steht nicht dabei genau also wer lust hat auf die g7 ist bei shits and cats richtig wer lust hat auf barramutzeru folge 38 er guckt der letzte tanz und einige weitere bei frosty pen and paper die kurz folgen im podcast format immer so eine halbe stunde etwa lang noch mal dsa der alte wanderer spielt die sa irgendwo in reichs end 2 also ein few shot wahrscheinlich dsa auch beim alten wanderer auch hier leider keine weitere erklärung worum es geht und weiter geht's mit fräulein bernburgs pensionat vier junge damen bei orkenspalter der was spielt das archiv für live runden drei stunden 50 das crowdfunding bei game on tabletop lau läuft noch ein wundervolles rollenspiel guckt es euch unbedingt an es lohnt sich und da gibt es einen doppelpack entweder man guckt bei orkenspalter oder man guckte bei shale grima denn da gibt es auch ein zweiteil am dienstag der zweite teil bei twitch genau ja ein damenpensionat in den 50er jahren kann aber in ganz viele richtungen gehen schöne spannende dialoge ein sehr schöne rollenspiel idee game of thrones da haben wir haus roger der preis der pflicht podcast format einige abwesend aber teil 14 mittlerweile natürlich wo bei das flow so iron swan starforge gibt es auch nur bei einer adresse live auf twitch immer oder jetzt auf youtube couch session rpg spielt iron swan ja das quasi fantasy variante in der science fiction variante denn das ist starforged die traspi die nacht der toten unser actual play da war ich tatsächlich auch dabei eine wundervolle realistische reise die wir hier hingelegt haben eins meiner jahres highlights durchaus auch auf anderen kanälen auf jeden fall bei 3p pen paper pampers wirklich ein tolles rollenspiel guckt euch an wenn ihr schon das actual play nicht guckt es lohnt sich wirklich man kann sehr sehr tolle geschichten erzählen my little pony natürlich herr walter auch hier teil 4 der fluch der statuetten geleitet von tatty und ja in der ja ist natürlich der gleiche abend der besetzung der drei folgen davor mystics of mana hatte ich ja letztes mal schon die dunkle macht mischte apg wo ich sagen kann ich kann nicht genau sagen worum es geht aber man erkennt an den charakterbildern schon ganz ganz klar die richtung wo ich weiß worum es geht ist wieder couch session und the one ring ein abenteuer auf der aus der starter box für the one ring also gut um das system einmal näher kennenzulernen passfinder bei schlachten wütter der untergang von peststein so das einsteiger abenteuer glaube ich ist es für passfinder 2 was hier in sehr großer sechs spieler besetzung gespielt wird dann nicht ich wusste es nicht so ganz wie es einordnen sollen old word of darkness mischgapel sie resurrection in chicago da spielen sie wen ich es richtig gelesen habe vampire genau es geht weiter mit der word of darkness denn wir macht werwolf bell and paper hat wieder einiges hochgeladen seiner werwolf kampagne kann man inzwischen kampagne nennen denn auch zehnmal 50 minuten sind immerhin 500 minuten mittlerweile und es ist kommen noch teil elf und zwölf online also werwolf ben and paper yellow king ist ralda nasch schon seit einigen wochen macht er sehr viel mit yellow king himmelspforte aus dem gamschuh spielsystem gibt es bei aus dem 3p flocktober jetzt auch zu sehen bei ralda nasch rollenspiele last but not least zombie world wieder couchsession nach kranken nach der auszeit jetzt vollgas das finale von viva las vegas und zombie world der zweite teil also zwei stunden 14 kann man also diesen two shot sich super angucken das waren die sonstigen systeme kommen wir zu den dnd videos und da fangen wir an mit against the odds zwei folgen glaube ich sogar hochgeladen mit der pemerra kampagne wir nähern uns der großen 50 teil 46 online mittlerweile ihrer homebrew kampagne weiter geht's mit ben and paper mit einer dnd entology und da hat er tatsächlich ein wild west abenteuer gestartet scheinbar der erste teil es gibt den 1 mit bunter besetzung und für eine handvoll kupfer für western gibt es beide daumen hoch die in die couchsession wie gesagt sehr fleißig rime of the frost maiden geht in folge 23 mittlerweile mal gucken wie lange sie da noch brauchen bumm curse of the strat doranes jetzt mit teil 7 dieser kampagne hatten die leute ein bisschen pause gemacht machen jetzt weiter da ist das folge 10 schatten und licht ihrer eigenen kampagne bei den da ist das woche für woche eine neue folge und das gibt es auch bei die und die vor die die sind bei curse of the strat mittlerweile bei folge 9 weiter geht das kampagnen die in die wesen hb kill roleplay sehr sehr fleißige woche session 44 kampf der 100 hände odyssey of the dragon lords und curse of the strat das zeigt was die anderen noch vor sich haben folge 47 alles podcast format und bäm ihr foundry vtt abenteuer die winnertoren geht sogar in episode 81 nicht ganz so weit sind wir beim spooktober und looks like gaming stuff sind sieben folgen mittlerweile alle gut eine stunde also da wird es am ende so von der dauer ein guter few shot werden des spooktobers bei looks like gaming stuff die in die strixhaven folge 9 bei orkenspalter tv spielt archiv für live runden mittlerweile auch fest hier im programm so auch vielleicht nein sie glaube ich passiert es wieder regelmäßig theater essen südse wild beyond the witch light folge 5 eine stunde wo haben wir sie denn da die ersten genau am tisch leicht gespielt von theaterschauspielern und wie immer last but not least ich gehe alphabetisch vor inzwischen die w20 show arcania drakonis folge 5 die große kampagne der w20 show ja das war schon die dnd so ich hoffe ich habe nichts vergessen eben bei dnd und auch jetzt weil ich die leider alle nochmal raussuchen musste weggeklickt ausversehen wir kommen zu den restlichen videos mit einem dnd blog diesmal ja äh dungeons und dragons hit da ist das denn stellt die drachen der sturmwrack insel vor das neue starter set für dnd jetzt überall erhältlich da schließt sich auch an meiri orkenspalter tv mit einem dnd special gerade mehrere folgen zum einen mit hauke zusammen ähm oder hauke zusammen dnd für anfänger die grundregeln quasi das dnd bootcamp und davor hatten sie was ist rollenspiel überhaupt ganz grundsätzlich 11 minuten also tatsächlich so eine reihe für anfänger ja ich hatte die traspi schon gelobt cassandra von 3p stellt es in 16 minuten einmal genau vor worum es geht die regeln wie man es auslegen kann ein paar charaktere werden vorgestellt ähm ja eine sehr sehr schöne übersicht für dieses wundervolle rollenspiel dann haben wir die musik heute gehabt heute mal ein bisschen davor von d20 sounds ich blende sie jetzt nicht nochmal extra ein ich habe sie ja im video hat zwei videos gemacht light in the darkness ist online und resurrection is short healing song also zwei sachen online von d20 sounds dann noch etwas meta ebene rollenspiel talk arrrrr lorik und lama dreht durch diese woche bei der meta ebene piraten golarions da haben wir die beiden ähm ein machen ja die kampagne bei dem thema und da widmen sie sich eine stunde wie sie denn vorkommen bei passfinder dann nochmal hit da ist das denn 10 tipps zum umgang mit roll20 die hat er nochmal ein video rausgehauen neun minuten 28 tischtennisball rüber zu lorik und lama nordische mythologie who is who 1,41 ein mächtiges äh ja historien wissen es ist ja nicht aber doch schon äh ein äh ja deep talk nehmen wir es mal so äh mit dem äh von lorik und lama zu nordische mythologie und es ist der zweite teil es gab schon einen ersten zu social encounters mit vorteil diesmal leiten und improvisieren sie haben es als die und die aber es sind einfach ein meistertipps video 10 minuten wie man gut improvisiert und tischtennisball geht noch einmal zurück zu lorik und lama rollenspieler mit kinder kinder im rollenspiel hat er sich einen gast geholt und die beiden reden zusammen über kinder im rollenspiel und rollenspiel mit kindern ja das wäre es für diese woche tatsächlich einen tag weniger weil ich letzte woche ja erst sonntag mir die videos geholt habe aber so einmal etwas kompakter trotzdem viele schöne sachen dabei ich würde mich freuen wenn ihr die videos guckt die jetzt hier gleich immer noch eingeblendet werden und diesen kanal natürlich mit allem drum und dran abonniert ja in diesem sinne noch ein kleiner hinweis und gibt es auch bei patreon link gibt es unten immer unter jedem video ja das bleibt mir noch zu sagen ich wünsche euch einen guten morgen mittag oder gute nacht und sage auf wiedersehen dann bitte bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020